Im Zuge der aktuellen Rassismus-Debatte meldet sich Tennis-Legende Boris Becker zu Wort. Der 52-Jährige spricht in der BILD am Sonntag über rassistische Angriffe auf seine Kinder. Meine älteren drei Kinder erleben mindestens einmal die Woche einen rassistischen Vorfall. Daher bin ich mit ihnen im ständigen Austausch über dieses Thema, so Becker. Sein jüngster Sohn Amadeus sei mit seinen zehn Jahren zum Glück noch etwas jung und nicht so wie seine großen Geschwister allein unterwegs. Beckers andere Söhne Elias und Noah sind 20 und 26, seine Tochter Anna 20. Noah war 2018 von einem AfD-Politiker diffamiert worden. Der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker war kürzlich wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration gegen Rassismus in London massiv kritisiert worden und hatte sich darüber bereits schockiert gezeigt. Aus Deutschland sei er aufs Übelste beleidigt worden, so Becker zu BILD am Sonntag. Über die sozialen Medien erreichten ihn, Zitat, nichts als Hass und Häme.